Die legendäre Rennschlitten und Bobbahn von Oberhof. 1971 erbaut, damals als erst zweite Kunsteisbahn der Welt. Jahrelang werden hier die besten Bob- und Rodelteams der Welt ausgebildet und trainiert. Mein Erdnehmer Wolfgang Hoppe, Margit Schumann, Hans Rind. Die DDR firmiert im Eiskanal auch dank der perfekten Trainingsbedingungen in Oberhof in den 70er und 80er Jahren zur besten Nation der Welt. Das Besondere an Oberhof an der Bahn ist, dass es eine relativ kurze Bahn ist und dass es eine technisch sehr anspruchsvolle Bahn ist. Man hat immer gesagt, wer an Oberhof das Rodeln kann, der kann auch der ganzen Welt auf den Bahn des Rodeln. Und auch heute steht Oberhof für Spitzensport im Rodel- und Bobgeschäft. Eine von außen unscheinbare Halle am unteren Ende der Oberhofer Rodelbahn. Kein Schmuckstück, aber einer dieser Orte, die am Ende den Unterschied machen. In Form von Hundertstel und Tausendstel Sekunden. Man kann das so aufteilen. Ein Drittel Start, ein Drittel Fahrleistung, ein Drittel Material. Wenn man am Start hinterher hängt, das holt man dann nicht mehr so schnell auf. Alexander Rüdiger weiß, wovon er spricht. Hunderte Male hat er hier als Anschieber von André Lange und Nico Walter den Start geprobt. Ganz Deutschland und auch die Weltspitze international trifft sich hier, um zu starten, um zu fahren, ja, um Material zu testen. Was der Zuschauer nicht zu sehen bekommt, ist die Arbeit im Hintergrund. Wie hier tief in der Nacht während der Junioren-Weltmeisterschaft. Das Team des Thüringer Wintersportzentrums tut alles, damit das Eis für die Athleten am nächsten Morgen stimmt. Darauf achten meine Eismeister sehr, die sind da sehr penibel und liegen mehr im Eis wie alles andere, die ich streicheln lasse und da ist wirklich all glatt. Und das machen sie schon gut, sehr gut sogar und deswegen kommen ja auch hier viele her. Jetzt bricht eine neue Zeit in Oberhof an. 2023 findet die Rodel-Weltmeisterschaft in Thüringen statt. Bis dann wird die Bahn auf den neuesten Stand der Technik und der heutigen Anforderungen gebracht. Die CO2-Neutralität steht im Vordergrund. Alles was wir ausbauen, muss am Ende zu weniger CO2-Belastung führen und zu einer effektiveren Energienutzung führen. Vorfreude auf die neue Bahn und die renovierten Trainingsanlagen auch bei den Athleten, die alles dafür tun, dass die Legende Oberhof weiter lebt.